Ich bin Ulrike Dörr und ich habe eine kleine Boutique die heißt Schön Ding. Die eigene Kollektion habe ich mir schon immer mal gewünscht. Meine Mode sollte nachhaltig sein, weil ich denke, wir sollten alle die Kleider lange tragen können und sie immer mit Schönheit betrachten. Bei meiner eigenen Kollektion ist mir wichtig die Fairness, die Produktionssituation, keine Überproduktion, das allerwichtigste die Regionalität. Mich inspiriert positive Menschen, Natur und schöne Dinge. Ich arbeite zusammen mit meiner Familie, die mit allen Dingen hinter mir steht und mit Menschen, die auch diese Vision teilen, gemeinsam aus dem schönen Zaborgäu. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass es viele Menschen inspiriert, ein gutes Produkt, ein schönes Produkt und ein nachhaltiges Produkt zu kaufen. Meine Lebensphilosophie ist Love and Peace and Happiness. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.